Hallo ihr Lieben, willkommen in League of Legends Liga Runde. Ähm, ich kann noch gar nichts dazu sagen. Das ist, ähm, die haben zwei Jungler gepickt. Ich wollte eigentlich top mit Wladimir und statt der Jungler einen Support pickt, kam dann dabei ein Udia raus, der natürlich nicht so sinnvoll ist. Und somit bin ich jetzt mit Wladimir als Supporter, Botlane, mit sämtlichen Torbonen und so weiter. Und ihr wisst es ja. Denkt es euch, was ich noch so alles habe. So, Annie hat schon einen Stun bereit, super. So, Annie frisst dafür aber auch gleich. Ähm. Aber gut, dafür hat Udi wenigstens eine Chance gegen Riven. Naja, komm. Er ist das Blut? Na, ist doch immerhin. Okay, Sinn. Wo ist auch mein Last Game eigentlich carried? Ah. Ja. Und die Mitte wird auch weggeratzt. Na, läuft doch hier, würde ich sagen, im Großen und Ganzen. Flash too late. Dafür muss man lernen, mein Junge. Ach ja. Wladimir Support. Entschuldigung. Das muss man erstmal gerade so richtig realisieren, überhaupt was finden. Dünsch. Der hat kein CC, nichts. Er kann verlangsamen. Ja. Jetzt wurde Udi weggeratzt. Naja. Ja, ja, gib mir. Gib mir Damage. So, ich saug die ja wieder aus. Das ist ja das Schöne daran. Hihi, hi, 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 hi. Ich meine, wenn Annie jetzt mal richtig durchstauen würde, dann wäre das natürlich schon scheiße. Aber, naja. Bei Minion zum Aussaugen suchen, dann war's das. Also, ich kann gar nicht groß was sagen, weil... Lol. Lol. Ja. Annie und Flash und dann war's das. Der Erntemond am Himmel. Ein Verlündeter wurde getötet. Ich bin absolut flüssig. Ich brauche unbedingt einen Kelch. Ja, wie gesagt. Ich brauche unbedingt ein bisschen Lebensraub. Allerdings wird das echt schwierig hier mit ihm. Na, ist hier ein Wort. Ich könnte so reinflaschen und Ulti. Aber... Ja, was hat denn die für eine Auto-Attack-Reichweite? Hallo? Wisse? Zwischen ist ein halber Kilometer. Huch. Da sind sie in einem Minion für mich. Ach ja. Ich mach mal den Lebensraub. Äh, Zauberraub. Entschuldigung. Oh, die haben Sinn doch nicht gekriegt. Oh, lol. So low wie die ist. Ich wette schon, Master Yi kommt hier bald. Und dann war's das. Wo hier unser Counter-Jungle ist. Oh, 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 oh. Sehr schön. Sauber. Oh, der Test schmettert die. Ähm, so. Die geht back. Ich saug die noch mal ein bisschen weiter aus hier. Und dann komme ich mit Teleport, denke ich mal, wieder zurück. Huch. Äh. Alter, noch schon zu viel Damage, dass ich ihn aussauge. Vollständig. Wie wäre es mit einer Spinde? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wundervoll. So, ich geh jetzt erstmal ein bisschen Lebensraub holen. Das Blut gerinnt bereits. So, den Top, den brauch ich nicht hin. Da flashe ich auch nicht runter. Teleportiere ich auch nicht runter, weil, äh, no, no Sinn. No Lee Sinn. Wie passen. Ich bin absolut flüssig. So, hat er wenigstens jetzt ein paar Kills hier. Na, der Dragon wäre schon nice jetzt. Wenn wir den kriegen könnten... Na, der Dragon... na, das wird hier alles... So close wird das. Ja, unser Senra wird definitiv... Carrying. Guck dir das an. Ja. Da brauchen wir noch nicht weiter drüber rätseln. Ach shit, da musst du gar nicht hinterher. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, ein Shit. Alter, was macht denn die Jinx? Was? Mann! Die weiß doch! Flash, Tilbe ist tot. Mein Kelch ist halt nicht. Oh, oh, oh. Oh, oh... ich bin weg hier und jetzt machst du hier kommt jetzt ein cool und toll so jinx one remember one flash du bist du Alter, da könnte ich schon wieder ticken. Ich schreibe nur, remember, won't flash you dead. Und er schreibt, fuck you, Vlad. Das ist so... What? Ach, naja. Okay, IDC, bye. So. Dann machen wir das eben zu viert. Ja. Was macht der da? Wie ein Kind handelt, tut er ja überhaupt nicht. Ein Kind hätte wenigstens geflamed. Bitte, lass es nur raus. Guck mal hier hinten rum. Naja, Riven ist... Doch, Riven ist noch da. Dann machst du hier auch. Shit, 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 shit. So, jetzt mal generiert. Schöpfen wir aus dem Feuer. Ja. Der Erntemond am Himmel. Kannst du nichts machen. Kannst du nichts machen. Ja, da habe ich ja eine tolle Runde wieder erwischt. Achso, kann ich ja mal gerade so erwähnen. Ähm, ähm, ähm. Ja, das Xerath sammelt sich. Ich bin gerade mal zwei aufschauen. Von fünf ist der mal viermal. Oh, guck mal, obwohl Jinx da schon hinten steht. Oh, sie ist wieder unten. Ähm. Ja, ich weiß auch nicht. Die Jinx ist das anscheinend wirklich sehr, sehr... So ist die anscheinend drauf, weil... Intentionally mad. Das ist so... What? Xerath. Ja. Xerath. Ist auch übelst der Counterpeak. Ich weiß ja noch nicht so richtig. Aber ich gehe mal weg. Ich hole mir erstmal Schuhe. Oh, was war das? Eine Mücke? Ja, das Match ist ja schon so gut wie gewonnen. Ich habe eigentlich gerade noch so mein Frühstück vor mir. Ich habe zum Ausnahmsweise heute mal früh, früh, wirklich früh, 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 frühmorgens spielen. Und sowas kommt hierbei raus. Wo du mal hoffst, da kommt kein Kind und dann kommt Gandalf. Anstatt der gleich reinjumpt. Ey, Alter, Mann. Worauf muss er denn noch warten? Auf Ostern oder was? Das Blut gerinnt bereits. Oh, oh, oh. Annie. Annie. Annie, das Brot springt. Oh, 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 oh. Lol, oh, 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 oh. Dann kann ich das Tattoo hier durchhauen wie ich will. Du, da, du, da, ja, da kommt noch der Ulti hinterher. Oh, du, da, du, da, ja, surrender it. 20, 20. Das sind die Liga-Spiele, wo man sich fragt, what? Erstmal dieser Troll-Pick, Udi, hier, du letztes Stück Scheiße, und Warwick. Der einzige, der noch halbwegs tüffig ist, muss man mal sagen, die beiden waren die Last-Picks. Tja. Ich kann jetzt gar nichts sagen. Die picken beide einen Jungle als letztes. Beide sind die letzten. Man muss mal einen Mund aufmachen. Der eine sagt, er hat's ja gar keinen Schmerz. Das ist mein mit der Ball als letztes, nicht, als letztes, nicht, 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 nicht. So, dann ist das Andy noch verreckt hier, die alte Kunde. Lolo, Lomato. Ja, den saug ich aus. Ja. Bisschen wieder was mit dem Leben dabei. Flash und Stunt und... Und, oh shit. Nein. Dieses Match so zum Schaden. Äh, Vladimir Support. Rules and all. At all. At all. Irgendwann hab ich mir schon Gold, ne? Schöpfen wir aus dem Volk. Der Gegner hat einen Atom zu stürzen. Na, jeder kommt jetzt von irgendwo. Nein. Und irgendwann hab ich die noch mitgeschafft. Lull. Rennen, du Sau. Ein Gegner wurde getötet. Jetzt guck mal, die haben ja übelst AP. Dann natürlich hier. So. AP und ein bisschen was leben. Ich, ganz ehrlich, erst nimm mal kurz ein Stück Brötchen. Das muss einfach mal sein. Ich brauch eine Stärkung. Und dann geht's auch ab mit Vladimir Support. Hätte ich das gewusst, hätte ich Annie oder sonst was. Gott, mein Gott, Annie war ja schon gepickt. Ne, doch. Ich war noch als nächstes. Na. Deswegen, ich wünschte mir immer, der Letzte zu sein. Dann kannst du nahezu wählen. Nein. Nein. Nein, Alter, alles geht daneben. Das glaub ich auch einfach echt nicht. So, jetzt let me farm und dann ist gut. Wundervoll. Alter, mach doch den Scheiß weh. Ich drück die Taste, verfick nochmal tot. Ich wollte mit dem Weh reinjumpen. Damit Warbeck mit dem Ulti hinterher kann und Xerath reinbursten. Verlangsamt Xerath Ulti Bum Taktik meine Gewiesenseintun. Funktioniert haben? Nicht. So zum Kotzen. So, der Baron taucht auf. Wir sehen es nicht. Ich bin absolut... Na, wenn da jetzt aber ein Master Yi kommt. Ich bin ja übelst in Damage nicht mit, aber... Oh, armer Warbeck. Warbeck, geh weg da. Genau, eigentlich eine gute Idee. Es ist übelst so, Star Wars so. Krieg der Welten hier mit Tom Cruise. Wirst du mit... Man müsste gar nicht Tom Cruise sein. Man müsste eigentlich sagen... Ach, wie heißt die perfekte Sekte nochmal? Ach, Sekte, nein, Entschuldigung. Natürlich, das ist ja... Ist doch alles normal. Komm mit drauf. Insurgency wollte ich gerade sagen. Wie heißen die nochmal? Die Sekte von dem. Hab ich echt vergessen. Der Erntemond am Himmel. Der Erntemond am Himmel. Wir haben null Worts. Das Ding ist auch, weil wir einfach mit den Worts nur mich haben. Und keiner levelt mal seinen Twinket auf. Oh, Armer Warbeck. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nein, nein, nein. Der hat noch Heal gehabt. Nein. 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 Mann, Alter. Immer das Gleiche. Ich bin Udi. Ich bin Wobik. Ich bin der Killer, bin ich. Oh, nein. Nein. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Ach, shit. Na, hier und Elchi? Was ist hier? Ruf, ruf, ruf. Was ist jetzt? Boah, wenn wir das schaffen, lache ich. Dann gehe ich kacken. Dann gehe ich sowieso erstmal offline. Und kacken gehe ich dann. Also richtig. Dann scheiße ich einmal kurz hinten richtig rein. Wird eng. Ich mag es ja. Ich muss schon mal mein Damage hier stecken. Weg. Gehen wir einmal weg hier. Einmal weg. Wir haben genug Gold. So, ich gehe auch mal wie riesig, wie Sau. Weil, AP, AP, AD, 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 AD. Aber nur das Problem ist, die Burser sind die stärksten. Die ist ja auch gut, klar. Da wissen wir. Aber die kommt nicht auf mich zu schnell zu. Aber deren Burser, alter. Die hat auch immer so wenig. Aber Rabadons. Na gut, die hat nicht wenig. Ich korrigiere. Ah, gleich ist der Drake. Upp. Ich bin absolut flüssig. Ich bin absolut flüssig. Ich bin absolut flüssig. Nein, nein, nein. Mach dein weh, mach dein weh, mach dein weh. Mach dein, mach dein, mach dein weh. Wann hat er den noch gemacht? Ja, wo ist denn überhaupt am Leben? Ach, er. Ja, hier. Ein Pack beim Boa. Wer auch sonst? Nein, ich lege ihn ab. Ich möchte das Spiel jetzt sinnvoll verlieren. Mit dem Serat. Was steht denn Serat schon? Da stehen wir alle. Sechs, sechs, sieben, fünf, drei. Nix ändern. Halt, ich wollte ihn rufen. Warte doch auf mich. Alter, was macht der denn da? Genau, jetzt lasst er uns pushen. Wird nah geflasht. Du, Minions. Ja, die leben wieder. Mein Kelch ist halb leer. Na dann, mit den paar Minions wird das nichts denken. Woaw. Oh, Gegner, du nie. So knicken. Eins dann nach dem anderen. Syndra wegkicken. Annie's dann. Der's dann. Ach, Riven kann ich auch noch mal ganz kurz. Ja, das ist dann. Und ein Kombo. Shooter, Damage, Shooter. Nee, Damage. Weil Damage ist ja gleichzeitig liegen. Höllenzepter ist. Magiri, sie haben wir ja nun wirklich nicht viel. Außer Xerath. Und Xerath können wir ja. Oh, wir haben dann mal Umfahrten. Das Blut gerinnt bereits. Hm. Da ist die Wippen da oben. Ja, komm schon. Ja, komm schon. Ja. Da ist die Wippen. Die Wippen. Da ist die Wippen, die sind nicht nur von Kugeln. Unterkw Alfred, F. Die Wippen. Da ist die Wippen. Das ist die Wippen. Auf geht's. Warum wäre er jetzt nice? Das stimmt allerdings. Go Baron! So, zack. Ich habe leider noch nicht die schnellen Schuhe. Tut mir leid, aber ich habe auch keinen Teleport ready. Das tut mir auch leid. Nicht. Ich habe einen Schiff. Ich habe den Nettel-Dettel-Dettel-Dettel-Dettel. Okay, ich mache die. Ja, na... Nuh-nuh-nuh-nuh-nuh-nuh-nuh. G's. Oh... Oh... Lieber Busfahrer. Busfahrer auf dem Baum. Gott sei Dank. Close. 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 Close it. Wah! Wah! Hmm. Alter, jetzt wird es aber zerrupft hier. Aber ich sag, ich sag gar nichts Ich möchte die Runde, äh, so wie sie begonnen hat Wird sie wahrscheinlich, ich hoffe nicht, ich hoffe, wenn das jetzt Sieg wird Mit zwei Junglern Und ein Wladimir Support Ey, Lolo, ich meine, das ist die New Meta In der Meta wird so, oh, was spielen die denn? Wieder auf einmal, ist es, äh, ein Meta Ich hab auch kein Kühl Ich bin auf dem letzten Meter, ah, ah, ah Sehr schön Ah Ja, jetzt gehen wir mal weg Drake Und dann hätte ich Na, nicht ganz das Gold Ready, aber Erstmal Schuhe Ach, wir sind noch zu viel, die haben alle weggenacht Könnte gut sein, dein Warwick So, 30 Gold Weg damit Ja, halt, ich mach die Schuhe nochmal schneller Muss ich auch lohnen Ich hab ein Teleport ready Annie geht weg Okay, Annie möchte sich was holen Gucken wir mal Na, die kann sich wahrscheinlich Stab des Dings Sie wird mal wegziehen Versteckter Walzer Und Ja, machen wir jetzt nicht Vielleicht spielt die so ein bisschen wie ich So, ja, jetzt erstmal Das Mega-Traumatel Und dann doch gleich den überbruchten Stab dahinter Ich hab mir trotzdem mal ein paar Wars Naja, ich komm hier schon weg da PUSH WAVE PUSH WAVE Ja Auf geht's Auf geht's Auf geht's Auf geht's Okay, die sind alle da oben. Der hat mich gesehen. Okay, jetzt wird es einfach mal weg. Ich möchte jetzt was verkaufen. Kann ich aber auch noch die Tränke, kann ich einfach weg und dann ist gut. So, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Ich habe nicht Angst. So, vorbereitend, noch ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Damage. What the fuck? Was ist denn das? Hat er den Trank genommen? Ja, natürlich. Damit auch, das ist das Schöne, viele unterschätzen diesen Trank, wenn man das Gold hat. Einfach mal nehmen, um das Wichtigste größer zu sein als zum Beispiel der ADC oder so. Ich meine, Jinx, gut, ist jetzt... Warum sind die so groß? Ja, durch die Umrandung wirkt das ja auch noch größer. Sonst ist die ja sehr schmal. Aber wenn du so einen fetten Champ daneben hast, ich sage mal, so einen Sekt und den Trank... Ah, GD. Na, wir gehen mal Top-Lehnen. Ja. Das ist echt genauso. Wir haben Worts. Na? Na, unser Range-Poke ist ja gut, aber... Noch ein bisschen zu schwach. Wenn er selber kriegt, gut rein. Lol, hat er den ersten Ulti echt wirklich bei sich da hingesetzt? Ja. Ich gehe mal weg damit. Wow! Ich kriege mich da noch. Minions. Ich brauche Minions hier. Man wird ja so gern, aber... Ne, ne. Der Baron ist gleich wieder da. Dann... Na, wir müssen den Baron gehen. Er wartet da. Kommt auch schon, der kleine Hans-Wurst. Und? Und? Damn, damn. Mal sehen, wie ich mich aussaugen kann. Was auch das kostet. Jetzt noch ein Baron, doch. Oh, ihr könnt aufhalten. Dank, was wir wollten. Der Ernte-Morat am Herzen. Pass. Ja. Fast. Fast hat er das gehabt, der Scheißer. Ja, der möchte jetzt... Ach, ja. Bot. Wir müssen erst mal unten pushen. Wir gehen hier weg. So, genau. Wir machen erst mal so. Und dann erst mal Rabatern. Und Rabatern sieht das auch schon mal wieder für mich geschmeiniger aus. Noch ein bisschen mehr Leben, da. Noch mal knapp 100 und... Ein paar Zerkerwätzle und ein bisschen mehr AP. Und somit ein bisschen mehr Lebensraub. Ein bisschen sauber für sich. Ein bisschen mehr Damage für sich. So. Nach 5 Sekunden... Nehmen, äh, äh... Infiziert ein Gebiet mit ansteckender Krankheit. Davon erleiden 12% mehr Schaden. Das muss man auch mal, äh... Wollen wir nicht vergessen, ne? Ich komme. Grade Nummer 3. Ah, sehr schön. Mehr Lauftempo. So. Oh, oh, oh. Da hinten. Oh ja, oh ja. Lass uns Bot pushen. Genau. Nicht, nicht, nicht. Nicht übertreiben. Dino-Ulti. Das ist sehr schön. Ganz denke ich mal an der Zeit. Ich habe so viel Leben in meinen Evo. Aber immer so ein bisschen kurz vor knapp. Was? Ach, hier hat schon wieder... Ach, die Schuhe hat er gehabt. Ich wollte schon sagen. Wie macht ihn denn da so schnell? Das ist meine, endlich mal ein Kill. Meine Fresse. Habe ich mal die... Die Schnauze voll. Ein Supporter braucht auch Kills. Das ist meine Fresse. Oh mein Gott. Am wenigsten. Das ist doch mal ein Abschlussbild. Wladimir. Ah, es. Gewonnen. Wladimir Support. Oh. Kann super sein. Aber da muss ich wirklich volle Möhre auf Damage. Da muss ich voll nur Fähigkeiten, Stärke und so weiter. Wenn ich dann aussage... Aber wenn die Gegner so doof sind. Aber ganz ehrlich, das kann ich nur im Low-Bereich machen. Weil die damit nicht rechnen oder nicht klarkommen. Wenn die sehen, die kommen immer wieder vor. Das ist Liga. Ihr habt es schon gesehen. Das ist anders. Das ist... Das ist... Dass wir das gewonnen haben. Ich sag da gar nichts so. Genießt es. Oder auch nicht. Ich glaube ja nicht. Bis die nächsten Runde. Ciao.